Oh, hi, Marc. Oh, hey. Bereit, eine Radio Raffnika-Folge aufzunehmen? Ja, ja, ja. Aber wo ist denn dein Radio Raffnika-Merch? Ich, ähm, also, wenn wir dabei sind, du hast mir den noch nicht gesch... Gar kein Problem, Marc. Denn jetzt ist der Merch-Shop online. Aber, aber, aber was ich eigentlich fragen wollte, war doch... Geh einfach auf den Link in der Videobeschreibung und bestelle bis zum 22. November 2023 entweder den Radio Raffnika-Hoodie. Kuschelig warm und bestickt mit dem ikonischen Radio Raffnika-Logo in schwarz mit weißem Stick, weiß mit schwarzem Stick oder klassisch im Radio Raffnika-Stil grün mit goldenem Stick. Perfekt kombinierbar mit dem Radio Raffnika-T-Shirt in weiß oder schwarz. Hochwertiger, dicker Stoff und Druck lässt sich bei jedem Spiel glänzen. Vegan, fair und in Europa produziert. Versteht sich. Bestelle jetzt dein Stück Radio Raffnika mit dem Link in der Videobeschreibung. Nur noch bis zum 22.11.2023. Robin, schickst du mir jetzt auch was davon? Ja klar, kein Problem. Dankeschön. Was machen wir jetzt als Werbung dafür? Radio Raffnika-Folge Nummer 217. Heute mit allem abschließend zu Lost Camerons of X-Alan. Wir schauen uns einmal die Commander-Decks an, die wir dazu bekommen werden. Alle vier. Darüber hinaus schauen wir uns noch die Top 6 Karten aus dem Booster-Set an. Da machen wir natürlich unsere Top-Liste. Jeder macht nur Top 3, daraus wird nur Top 6. Alles sehr, sehr toller Stuff. Und wenn wir dann noch Zeit haben sollten, mal schauen, ob das so sein wird. Ask Us Anything. Fragen von euch im Podcast beantwortet. Aber bevor wir anfangen. Hi Marc, wie geht's dir? Hi, mir geht's super. Ich bin wirklich gehypt. Ich hab wirklich Bock. Wir haben das letzte Mal ja schon so ein bisschen drüber geredet, dass X-Alan so ein bisschen an uns vorbeigeht. Und ich muss sagen, umso näher wir jetzt kommen, umso gehypter werde ich, weil umso mehr finde ich so kleine Anekdoten, kleine coolere Karten, kleine coolere Sachen. Und deswegen, ich bin mega gehypt. Ich freu mich mega aufs Pre-Release. Und ja, das wird cool. Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, von meiner ursprünglichen, also wir hatten ja einmal dieses Video gemacht, von wegen ist es zu viel in einem Standard-Set. Und viele Leute haben gesagt, hey, warum seid ihr so kritisch Lost Cameron auf X-Alan gegenüber? Und ich muss sagen, dem Set gegenüber hat sich meine Meinung geändert. Ich bin immer noch der Meinung, dass zu viel Bonus-Kram dabei ist, dass wir zu viele Sets in einem Booster haben. Aber das soll nicht Thema sein. Denn bevor wir anfangen, hast du, glaube ich, noch eine Ankündigung über das Wochenende, wo wir das hier veröffentlichen. Wo bist du denn da? Nee, fürs nächste Wochenende tatsächlich. Oder fürs nächste Wochenende. Allerdings schließt der Shop demnächst. Ich bin im Eternal Weekend. Ich wurde jetzt mehrfach gefragt, ob ich im Eternal Weekend bin, von ganz, ganz vielen Leuten. Und mittlerweile kann ich es announcen. Ja. Ja, werde ich da sein. Ich werde in Prag sein. Und da auch wahrscheinlich Legacy ein paar Runden zocken. Ich habe mein Pioneer-Deck dabei. Vielleicht war ich auch noch eine Pioneer. Aber ja, hauptsächlich bin ich für Legacy da. Wenn ihr mich seht, kommt vorbei, sagt Bescheid, sagt Hi. Könnt gerne mit in mein Coverage-Video reinkommen. Ist gar kein Problem. Und ja, das ist sehr cool. Wenn ihr mit dabei sein wollt, ich glaube, am Montag, den 13. schließt der Shop von denen, wo ihr die Karten kaufen könnt. Wenn ihr das noch bis dahin noch nicht getan habt, tut es. Wenn ihr Bock habt, wenn nicht, werde ich ein Video dazu machen, wie man das Ganze sich angucken konnte. Genau, sehr gut. Ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr auf das Video und wünsche dir ganz viel Spaß in Prag beim Legacy, vielleicht Premodern, vielleicht Pioneer-Zocken, je nachdem, was sich so ergibt. Ich würde so gerne Vintage spielen. Oder Vintage, ja, das wäre natürlich auch ziemlich geil. Aber natürlich auch hier dieser Woche der Hinweis, dass wir diese Woche auch wieder gesponsert sind von Holy, dem Energy Drink, beziehungsweise Eistee, ohne Bullshit, mit besseren Inhaltsstoffen, als was man so im Supermarkt dann bekommt. Und ihr könnt uns indirekt unterstützen, wenn ihr auf weareholy.com slash Radio Raffnika vorbeischaut und dabei die Promocodes verwendet, Raffnika 10 und spart dabei 10%. Oder wenn ihr noch nie bestellt habt bei Holy, dann Raffnika 5 für 5 Euro. Und das Beste ist, wie gesagt, ein gewisser kleiner Teil geht an uns. Davon können wir uns finanzieren und ihr unterstützt uns somit indirekt und habt ein paar nice Getränke. Oh ja. Genug der Vorrede. Würde ich mal sagen, stürzen wir uns doch mal in die Commander-Decks. Wir haben vier Stück. Sie sind den vier Tribes von Ixala nachempfunden. Wir haben einen Piraten, wir haben einen Meervolk, wir haben einen Vampir und wir haben einen Dino-Deck. Allgemeiner Eindruck, wie gefallen dir die Decks und hast du vielleicht so ein vorauseiferndes Fazit vielleicht sogar schon, ob du die Daumen hoch oder Daumen Mitte oder Daumen runter findest. Wir haben ja immer so ein Thema, gerade jetzt in den letzten Zeiten, wo wir immer wieder Wotzi gelobt haben dafür, dass die Mana-Basen immer besser werden. Und hier haben sie einen Schritt zurück gemacht, deswegen Mana-Basen sind zwar zu viel des Lobes. Richtig, grausam unterirdisch, gerade jetzt für, wenn wir den Dr. Hu anguckt haben oder so, gut, die waren vielleicht ein bisschen drüber, die Mana-Basen geben wir auch zu, in dem Preisratio. Aber wir bewegen uns halt wieder in einer sehr teuren Preissparte, was die Commander angeht. Und da haben wir sehr coole Reprints, aber echt keine geilen Länder. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Also, bevor wir jetzt in die einzelnen Decks reingehen, Reprint-seitig ist wirklich einiges dabei. Wir haben wirklich eine ganz schön lange Liste von sehr notwendigen Reprints, die es bisher nur ein- oder zweimal gab. Aber wirklich die Land-Bases, das ist mal wieder so eine Kategorie von wegen, braucht eigentlich instant ein Upgrade, bevor man die einigermaßen spielen kann. Zumindest von dem, was wir so sehen können, ja, von den Decklisten. Natürlich gespielt haben wir sie nicht, aber das ist so unser Eindruck, wenn wir so draufschauen. Über welches Deck möchtest du denn zuerst reden? Dinos. 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 Genau. Absolut Fan-Favorite, so ein bisschen. Auch von dem, was ich so an den Kommentaren bei uns in der Community sehe. Also, die Leute, ich glaube, jeder, mindestens jeder Zweite, wenn nicht sogar mehr als jeder Zweite, schreibt einfach drunter Dinos. Dinos, wo? Dinos sind beste, ich freue mich auf die Dinos und sonst was. Und deswegen habe ich dieses Commander Deck mit sehr großen, argwöhnischen Augen so ein bisschen betrachtet, weil ich mir gedacht habe, so, hey, okay, was werden sie da tun? Was haben sie vor? Und ich bin sehr überrascht über ein paar der Karten, finde es aber zum Beispiel schon mal sehr gut, dass zum Beispiel sowas wie Zakama, Primal Calamity oder so da einfach mit drin sind oder der Regisauer Alpha. Das sind einfach Karten, die einfach sehr, sehr gut sind und auch einfach ein Reprint brauchten in so einem Dino Deck für ein gutes Standard-Dino Deck, was man anfangen möchte. Also nicht Standard des Formats, sondern so Standard Commander, sag ich mal. Genau. Das Deck heißt Veloci Ramp Tor. Auch hier wieder den Wortwitzen nicht zu weit entfernt. Und da wird angeführt von Pantlasa Sun Favorite, ein Fünf-Mana, zwei generische, ein rotes, ein grünes, ein weißes für ein 4-4 Legendary Creature Dinosaur. Also haben wir einen Naya-Dino-Stack. Es gibt ja auch Dinos in anderen Farben und wir können uns vielleicht mal gerne darüber unterhalten, ob eine andere Farbkombination nicht sogar besser wäre. Aber der Effekt von dieser Kreatur ist, wenn diese Kreatur oder ein anderer Dino ins Spielfeld kommt, unter unserer Kontrolle, machen wir Discover X, wobei X die Toughness dieser Kreatur ist. Und man macht die es nur einmal pro Zug. Also es ist so ein bisschen, wir wollen große Dinos spielen, wir wollen dann Discovern in Höhe der Toughness, das heißt, wir brauchen ein bisschen höhere Toughness-Zahlen, wobei die bei den Dinos meistens, glaube ich, relativ ausgeglichen sind und relativ hoch, vor allen Dingen, gerade wenn es um die teureren Dinos geht. Und wie gesagt, Discover ist so ein bisschen einfach Cascade von der Spielweise, das heißt, Free Value mit der Alternative, dass sie auf die Hand kommen könnte. Was hältst du denn von unserem Face-Commander hier, Pantlasa, Sun-Favorite? Ich finde ihn ganz cool, es sind ja auch andere Karten drin, die tatsächlich mit Discover arbeiten, sowas wie das Dinosaur-Eig, was, wenn es stirbt, irgendwie discovered. Und ich finde ihn ganz gut. Ich muss aber sagen, ich finde den Second-Command wirklich um einiges cooler. Wer ist das denn? Theoretisch kann man es da Karma machen. Oder man hat eben Waiter, Trainer Prodigy, ein 3-Manna-1-5-Kreatur mit Eile. Für 3-Manna kann man tappen und eine Kreatur fightet eine andere Kreatur und die Karte kostet 2-Manna weniger, wenn es beides Karten sind, die wir kontrollieren. Und das finde ich halt sehr spannend. Es ist nicht eine Kreatur, die du kontrollierst, fightet eine Kreatur, die du nicht kontrollierst, sondern einfach zwei Kreaturen fighten. Mindestens eine Kreatur, die man selber kontrolliert hat. Klar, man kann nicht die Gegner-Kreatur gegeneinander fighten lassen, leider. Und wenn eine Kreatur Schaden zufügen, dass sie Schaden zufügt bekommt, die Ability dieser Karte triggern würde, triggert sie ein zusätzliches Mal. Das ist natürlich angelehnt an diese Fähigkeiten, die ganz, ganz viele Dinos in dem alten X-Alan hatten, die halt gesagt haben, sobald sie Schaden bekommen, dann passiert irgendwas. Genau, das ist Enrage, zu unter anderem Ripjaw Raptor, 4-Manna-4-5-Dinosaur mit Enrage. Immer wenn er Schaden bekommt, zieh eine Karte. Es gibt da, glaube ich, auch eine Karte, die hier nicht drin ist, die ziemlich cool wäre, und zwar der Polymorph Raptor oder Poly-Raptor oder so, der quasi eine Kopie von sich macht. Und mit dem Second Command hier wäre es natürlich super witzig, ihn sich quasi, also zwei Kopien gegenseitig fighten zu lassen, neue Kopien zu erstellen, vielleicht mit den ETBs zu arbeiten oder so weiter und so fort. Und ich habe gerade überlegt, das wäre ja auch ganz geil für den Discover-Effekt von Pantlaser. Auf der anderen Seite kann das nur einmal passieren. Genau, da geht es halt nur einmal. Ich muss halt sagen, ich finde die Möglichkeit, hier einfach einen Spielstil zu haben, der völlig neu ist. Und das finde ich halt das Spannende. Pantlaser ist für mich dieses, ist ähnlich wie Zakama. Ist für mich so, ja, ist halt ein dicker Dino mit mehr dicken Dinos, weil mehr dicke Dinos. Mit jedem Respekt, der alle sagt, ich möchte aber dicke Dinos spielen. Aber ich bin halt so ein Mensch, ich mag so diese Kniffe, ich mag die neuen Sachen. Weil wenn ich ein Command-Edeck sehe, das muss für mich was Neues machen, damit es mich berührt, damit es mich irgendwie interessiert. Und es muss nicht zum 20. Mal ein Enchantment-Aura-Deck sein oder sowas. In grün-weiß. Ja, ja, total, total. Das ist sehr nachvollziehbar. Was aber auch ziemlich cool ist, wir haben es am Anfang schon gesagt, sind die Reprints. Wir haben ein paar, die man mal herausstellen sollte, unter anderem eben Akromas Will, Apex Altissor, Chandra's Ignation, Zynegos God of Revels, hat für eine kurze Zeit Pioneer-unsicher gemacht mit einer Kombo. Descendants Path, Rhythm of the Wild, Runic Amasaur, und dann geht es noch weiter, selbst mit sowas wie Clifftop Retreat, Rickshaws Expertise oder Zakama. Das ist schon ein ganz ordentliches Package. Also gerade Akromas Will ist, glaube ich, in jedem weißen Deck so eine Karte, die man eigentlich immer spielen kann. Klar, das ist jetzt hier nicht primär weiß, aber macht sich ganz gut, gerade mit den ganzen Kreaturen, den allen halt Flying Vigilance Double Strike, Lifelink Indestructible Protection from All Colors zu geben. Das kann ein Finisher sein oder halt eben dieser Tepherix Protection-Effekt, den man eben braucht, um all seine Dinos auch von dem Wrath zu schützen. Was sagst du zu den Reprints? Mega. Es sind gut gewählte Sachen. Mir fehlen so ein paar Dino-Jokes, sag ich mal, aber gerade sowas wie Descendants Path, nee, Ribbon of the Wild zum Beispiel und Descendants Path. Das sind einfach super, 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 super wichtige Karten. Ribbon of the Wild ist halt einfach eine Ankahn aus Ravnica, die einfach mittlerweile, ich glaube, fünf Euro schwer ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Solche Karten müssen einfach gereprintet werden und, äh, ja, gefällt mir, gefällt mir super. Dementsprechend, äh, finde ich gut. Reprints sind ganz gut, die neuen Karten sind ganz nett. Das Dino-Deck ist alles in allem, wenn man es günstig irgendwo aufpicken kann, dann ist es, glaube ich, einfach ein cooles Deck. Ja, und für alle Leute, die besorgt waren, dass vielleicht der, ich glaube, meistreprinteste Dino in der Geschichte von Magic hier nicht drin ist, doch zerteilbar Primal Dawn ist auch hier drin. Ich glaube, die war in nahezu jedem weißen Commander-Deck der letzten fünf Jahre immer vertreten. Also, ähm, von daher, ja, ein, ein rundes Deck, äh, ich glaube, mit dem, mit dem Namen, mit dem Thema und halt mit dem Faceplanes Walker und halt dieser Toughness Matters and Rage Matters Thematik, weiß man doch eigentlich ganz gut, wo man dran ist mit diesem Deck. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020